Hallo, noch bist ihr am schlömen? Haben die Synapsen noch nicht öffnet? Hol dir mal die Gesunderfrischung, die du brauchen tust. Wir haben für euch die Bestheimisch-Perlen und die exotischen Früchtscher zusammengebrungen. Die Äbel kommen hier aus der Gehend und die Mango von philippinischen Familien, die oft nur eine einzige Bahn betreuen. Liebevoll gehecht und gepflegt wachsen die unter den besten ökologischen Bedingungen ab. Gerade so, wie man sich als Jungfrüchtschen nur wünschen kann. Wenn die dann so weit ist und die Äbel und die Mangos reif sind, kommt das Beste aus den zwei Welten zusammen. Fruchtig, frech, verliebt. Faire Preise machen den Anbau rentabel und bauen die Region ab. Dabei schützen wir die Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum. Da, wie auch rein. Gut für die Philippinen. Gut für unsere Region. Gut für Teich. Und noch ein bisschen. Lecker! Die Philippinen. Wo mein Job! Ich bin還 in der Katie Summit! Untertitelung des ZDF, 2020